Hallo, ich bin Alex von Lebelieber Unverpackt und möchte euch heute für mein neues Projekt begeistern. Seit 2017 halte ich Vorträge und Workshops und habe einen Instagram-Account, in dem ich Tipps und Ideen zu einem nachhaltigen Leben mit weniger Plastikmüll teile. In den vergangenen Jahren habe ich ganz viel zu dem Thema ausprobiert und auf den Prüfstand gestellt. Nun ist es an der Zeit, die besten Tipps und Strategien in einem Buch mit euch zu teilen. Welche Ideen haben sich in der Langzeitbetrachtung tatsächlich durchgesetzt? Denn ausschließlich diese finden einen Platz im Buch. Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen weiß ich, dass die meisten gerne nachhaltiger und mit weniger Plastikmüll leben würden. Es herrscht häufig der Irrglaube, dass ein nachhaltiges Leben teuer ist und viel Zeit beansprucht. Hoher Erwartungsdruck, unrealistische Ziele und alte Gewohnheiten machen es zudem manchmal schwer, einfach loszulegen. Das Buch Lebelieber Unverpackt – Inspirationen für ein unperfekt nachhaltiges Leben ist für alle, die unperfekt nachhaltig leben möchten. Ohne Verzicht, mit Leichtigkeit und für jedes Budget. Gerade ein nachhaltiges Leben hat Potenzial, auch Geld zu sparen. Das Buch ist für alle, die direkt loslegen möchten, ohne große Recherche, ohne Experimente, dafür authentisch und lebensnah und vor allem mit Freude. Im Buch findet ihr kurze Texte, praktische Tipps, motivierende Strategien und das alles bodenständig, unaufgeregt und ohne erhobenen Zeigefinger. Außerdem wird es einen Quickfinder im Buch geben mit einprägsamen Symbolen. Er navigiert euch durch die Bereiche Lebensmittel, Haushalt, Kosmetik, Putzen und Garten. Meine liebsten und einfachen Rezepte teile ich übrigens auch darin. Ein Buch voller Mehrwert, von der ersten Seite bis zur letzten. Da es auf meiner Reise aber nicht nur glatt lief, teile ich auch meine Herausforderungen und Frustmomente mit euch in kleinen Anekdoten. Also freut euch auch auf dieses Kapitel. Für die Visualisierung wird die Buchholzerfotografin Nicole Larker sorgen. Ich freue mich sehr, dass ich sie dafür gewinnen konnte, meine Ideen neu und professionell für das Buch in Szene zu setzen. Um dieses Herzensprojekt umsetzen zu können, benötige ich nun eure Unterstützung. Damit das Buch im Ökom Verlag erscheinen kann, muss vorab die Finanzierung durch ein Crowdfunding sichergestellt werden. Ihr könnt das Buchprojekt konkret unterstützen, indem ihr das Buch direkt vorbestellt oder euch zusätzlich einen der Rewards auswählt, die ich für euch zusammengestellt habe. Bestellt heute noch ein Buch vor. Für euch, eure Familien und eure Freunde. Und lass uns alle in ein unperfekt nachhaltiges Leben starten.